Hallo und herzlich willkommen zu einem Blind Let's Play in Anführungszeichen. Ich spiele jetzt hier eine Runde Wither Time auf dem Dust MC Server. Und ja, ich habe keine Ahnung wie der Spielmodus funktioniert. Absolut null Ahnung. Wie funktioniert der Spielmodus? Ich werde mal gucken, dass ich das ein bisschen blind so rausfinde. Ja, bin jetzt gespannt. Ihr werdet sehen, dass ich wahrscheinlich nichts mitkriege. Okay, das stand dabei, kämpfen wir gegen die Zeit. Man kann hier nicht runterfallen, das ist schon mal gut. Die Explosion wird in 10 Sekunden gezündet. In 3, 2, 1. Aha. Und hier sind Kisten. Ich kriege mal gar keine. Die Kiste kann ich mir geschnappen. Ja, das ist heute der 24. wo ich das aufnehme. Deste wegen. Oh. Ah, man muss die so machen, dann kriegt man irgendwas. Oh, wie nice. Die Goldangst kriegt 3 Attack Damage. Ja, geil. Das ist eine Kiste. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt nimmt er eine scheiß Enderperle. Verdammt. Egal, loot ich die Kisten hier. Weg. Weg, weg. Hm. Würdet gerne jetzt einfach jemanden töten. Zum Beispiel den Typen da vorne. Aha. Und das ist ein ganz lustiger Modus. Bring ich leicht öfter. Ich glaube, ich mache da so einen Letztest, in Anführungszeichen, Format, wo ich dann immer mal so einen Spielmodus teste. Den ich dann vielleicht danach als Format dauerhaft bringen werde. Das weiß man nicht. Ich habe eine Diaxt. Der muss sterben. Ja, ich habe eine Diaxt. Oh, ja. Warum wird die Zeit jetzt eigentlich... Ich hatte Zeit. Eine Zeit, die begrenzt war. Und die wird immer mehr, oder was? Ich verstehe es nicht ganz, weil... Ah. Ah, wenn Leute killt, kriegt man Zeit dazu, oder was? Entschuldigung, ich lerne gerade den Spielmodus. Ich bin echt nichts Besseres, ne? Ich habe die ganzen Holz- und Dings-Axte. Werbe ich mal weg. Ach, die Steinschätter auch. Ach, scheiß doch drauf. Werbe ich den Rest auch noch mehr weg? Ah, der ist nämlich nicht mehr. Schon echt gutes Zeug. Vor allem die Diaxt, den Typen, den habe ich mir weggeowned. Aha, wenn die... Oh, nee. Lol. Warum habe ich eben Bleidness gehabt? Lol, warum habe ich Bleidness? Ach, da ist ein Typ. Der Kack-Wither. Was macht der denn? Nein, du kriegst mich nicht. Nein, der Wither. Hilfe. Hilfe. Ich töte ihn doch. Ja. Geil. Gut. Das Leben noch... Ich habe noch... Ich habe 132 Zeit erhalten. Geil. Nein, ich habe Sloanus. Ich habe Sloanus. Scheiße, scheiße. Ich habe Sloanus. Nein, ich habe Sloanus. Kein Sloanus mehr. Habe ich Sloanus? Ja. Da war nur so wenig Herzen. Jetzt muss ich einfach nur vor diesem Wither wegkommen. Oh, Junge. Oh, Junge. Das war close. Close knapp. Das war richtig knapp. Alter, Vater war das knapp. Ja, GG. Es gibt echt nichts besseres, oder? Mehr als Equip, was ich haben kann. Boah, ich habe einfach 1400. Ist echt, das ist jetzt wirklich... Also, falls ihr euch fragt, wie oft ich dafür probiert habe, gar nicht. Das ist jetzt ein First Try. Also, wenn ich diese Runde jetzt wirklich hoch lade, wird das ein First Try. Das wäre schon cool, wenn ich das jetzt schaffe. Jetzt weiß ich, ich lasse jetzt... Aber das ist jetzt das Finale. Ob ich jetzt gewinne oder nicht, lade ich sie hoch. Trotzdem. Ah, verdammt, der hat ein Goldapfel. Das heißt, ich muss sich entfernen halten. Ein Trank. Er hat ein Gift Trank. Er hat ein Gift Trank. Was abbekommen vom Gift Trank? Ach, scheiß doch drauf. Ich töte ihn jetzt einfach. Äh, er trifft... Ich treffe ihn besser. Verdammt. Ja. GG. Boah, die Runde war cool. Das war cool. Mir gefällt das Spiel. Wobei, ich bring's als Format. Ja, ich mach das als Format. Weather Time. Aber wisst du was? Ich häng gleich noch ne Runde dran. Wir sehen uns in der zweiten Runde. Ciao. So, da sind wir wieder. Es geht in sieben Sekunden los. Ich guck mal, ob ich die Zeit der Runde genauso gut hinkriege. Wenn nicht, dann... Keine Ahnung. Ich lass sie trotzdem hoch, denke ich mal. Außer ich fäll gleich am Anfang. Aber ich geb mir jetzt mal Mühe. GL. Good luck. Wupp. Bum, bum, bup. Bum, bum, bup. Okay. Schnell, erst schnell Kisten sammeln. Schnell Kisten sammeln. Das war letzte Runde mein Problem, dass ich einfach nix hatte. Also erstmal an keiner Kiste gespotten. Ich hab einfach irgendeine Waffe, okay? Spiel. Es ist mir egal, welche. Hauptsache, es fängt mit W an und halt mit Affe auf. Hm, Bogen ist halt schlecht, ne? Einfach nur was anderes, mit dem man was schlagen kann. Wobei, jetzt ist der Bogen was wert. Spiel. Gib mir einfach irgendwas, mit dem man ich schlagen kann, okay? Oh. Irgendwas, mit dem ich Leute verprügeln kann, will ich. Spiel. Lass mich nicht im Stich. Bitte. Ich will was, mit dem ich Leute verprügeln kann. Oh, geil. Boah, hier sind richtig viele. Ich werde den Typen noch nicht angreifen. Und bevor wir weglaufen, mich die ganze Zeit kippen. Das war auch schlau. Ja. So, ich hab 10, ich hab 116 Zeit erhalten. Ich hab 116 Zeit erhalten, geil. Ja, nach der Runde werde ich auch beenden, die Folge. Aber eine zweite Runde muss ja sein. Muss sein, muss sein. Deine Diagnose war so gut wie keine Rüstung. Den muss ich mir holen, den hol ich mir weg. Weil der holt sich den da vorne. Dann hol ich den, solange der sich den holt. Und holen ist ein sehr schönes Wort. Geil. Nein, der hat sich eingesammelt. Junge, du bist so ein Arsch. Booste mich doch, der Typ, der mich verfolgt. Der Typ, der mich verfolgt, booste mich einfach. Ach, scheiß doch drauf, Mann. Och, nö. Ich hab den so schön getötet. Den mit Dia-Axt. Ich hätte jetzt so eine gute Dia-Axt. Das wäre so schön. Dann staub ich eben da ab. Geil. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Runde war scheiße, aber egal. Und abonniert, damit ihr nicht sehr verpasst. Und schreibt in den Kommentar, ob ihr den Spielmodus geil findet. Tschüss. Ja, das war das. Und dann hat das. Und da war's. Und dann ist das. Das war's. Und dann ist das.